Am 20. Oktober finden Wahlen zum Kirchenvorstand statt. Unterstützen Sie die Kandidaten der Friedenskirche. Ich gehe wählen, weil ich den Leuten, die sich für unsere Kirche einbringen wollen, meine Stimme geben will und sie stärken möchte. Kirchenwahl, weil ich möchte, dass die Kirche weiterlebt und dass es auch hier bei uns im Bezirk so weitergeht wie bisher. Machen Sie bis zu acht Kreuze auf dem Wahlzettel, der Ihnen in diesen Tagen zugeschickt worden ist und schenken Sie auf diese Weise unseren Kandidierenden Ihr Vertrauen. Ich wähle, weil ich dann weiß, wer in der Kirche die Verantwortung für verschiedene Sachen übernehmen wird. Ich kandidiere nochmal für den Kirchenvorstand, weil ich denke, dass da mein Platz ist und weil ich da weiß, da kann ich für die Gemeinde einfach auch was tun und erreichen. Die Kirche ist für unsere Gesellschaft und für die Zukunft ganz wichtig, nach wie vor. Und ich möchte mich einsetzen, damit auch meine Kinder einfach in eine gute Zukunft gehen können. Und es lohnt sich, sich für die Kirche einzusetzen. Ich setze mich dafür ein, dass unsere Kirche für jeden ein schöner Ort ist, wo man gerne hinkommt und viel Gemeinschaft findet. Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil ich für meine Glauben und für meine Gemeinde eintreten will. Ich möchte, dass neue Menschen hierher kommen und eine neue Hartmacht finden. Hallo, ich kandidiere für den Kirchenvorstand der Friedenskirche und ich bin gern in dieser Gemeinde und ich vertrete auch gern D-Stugen. Für mich ist die Gemeinde ganz wichtig, weil ich ein neues Zuhause gefunden habe. Ich möchte mich für die Jugendarbeit einsetzen. Ja, für mich fühlt es sich einfach richtig an, dass ich mich jetzt ehrenamtlich auch engagiere im Gemeindeleben und nicht nur im Gottesdienst sitze. Und ich bin auch seit einiger Zeit als Lektorin immer wieder tätig. Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil ich mich mit den Kolleginnen und Kollegen für ein Bundesgemeindeleben einsetzen werde. Ich kandidiere für den Kirchenvorstand hier in der Friedenskirche, weil mir die Arbeit hier sehr gut gefällt. Das ist eine lebendige Gemeinde und die zu unterstützen, daran liegt mir sehr viel. Ich wähle den Kirchenvorstand, weil ich möchte, dass unsere Gemeinde eine aktive Gemeinde ist, viele Alte und Jünger und Familien vertreten werden und das wird eine super Arbeit machen. Vielen Dank.